Ich glaube, wir sind so Entdecker. Irgendwo in der Zukunft landet ein Raumschiff mit fünf Astronauten oder irgendwelchen Wesen. Wir wissen gar nicht, ob wir Menschen sind oder ob wir Maschinen sind. Das wissen wir eigentlich bis heute nicht. Und wir landen auf einem Planeten, steigen aus unserem Raumschiff und auf einmal steht da ein Objekt. Und das ist die totale Überraschung. Wir sind erst ganz verunsichert und entdecken dieses Objekt und auf einmal tauchen ganz menschliche Eigenschaften, Charaktereigenschaften auf. Wir streiten uns um dieses Objekt, weil jeder will das irgendwie mal besitzen.